Hallo, heute wollte ich mit euch etwas besprechen, Leute. Ein sehr guter Bekannter von mir, der sich selbstständig gemacht hat, hat mir einen Buchtipp gegeben, den ich jetzt an euch weitergeben möchte und der hat in einem Video etwas sehr gut erklärt, was mir auch eindeuchtete und was ich jetzt kurz mal darstellen und erklären möchte. Die Rede ist von dem Buch von Robert T. Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, dem Untertitel, was die reichen ihren Kindern beibringen. Man kann es für eine Investition von 11,99 Euro neu erwerben oder sogar kostenlos, wenn du Kindle an der Mitte hast, erwerben oder auch als Hörbuch im Audible Probe-Monat bekommen. Das Hörbuch ist bereits ab 20 Euro für die Audio-CD erhältlich. Es geht auf den rund 240 Seiten darum, warum die Reichen reich bleiben und werden und die armen arm bleiben. Und es geht um das Wissen, was die Reichen ihren Kindern beibringen, darüber, wie sie mit Geld umgehen müssen und was man darüber wissen muss. Der Unterschied ist, ganz grob, das wusste schon Karl Marx, dass die Reichen Geld investieren und die Armen ihre Zeit. Also ein Arbeiter verkauft eine Stunde für einen bestimmten Lohn. Im optimalen Fall ist dieser Lohn hoch. Sowas macht übrigens auch der Selbstständige. Und ein Unternehmer oder ein Rich Dad, der Investor ist, da ist sein Verdienst nicht mehr an seinen persönlichen Reichtum gekoppelt. Und es gibt zum Beispiel Verhaltensweisen und Auffassungen, die in reichen Familien vorhanden sind und Auffassungen und Meinungen und Umgang, die in ärmeren Familien vorhanden sind. So macht der Poor Dad zum Beispiel erst die Verbindlichkeiten weg und kauft keine Vermögenswerte, sondern, aber der Rich Dad zum Beispiel, der lernt erst das Denken, bevor er sich von Konsumreizen übermannen lässt, kauft sich Vermögenswerte statt Verbindlichkeiten, gründet zum Beispiel Unternehmen und arbeitet für sich selber, ja, gibt sein Wissen zum Aufbau eines Vermögens frühzeitig an die Kinder weiter und so weiter, lernt auch mit Trial and Error und sieht Lernen als lebenslangen Prozess. Ein Poor Dad konsumiert eher Lernen und, ja, übernimmt das auch in seinen Alltag. Was er jetzt gemacht hat, ist eine sehr übersichtliche, schöne und doch auch sehr eindrucksvolle Vierteilung der Leute. Die Arbeiter und Selbstständigen gehören zum Poor Dad, weil die verkaufen ihre Zeit eins zu eins, haben ungute Ansichten und die Ansichten über die Vermögensbildung haben das Problem, dass sie einfach nie reich werden können, weil sie entweder ihre Zeit an einen Arbeitnehmer verkaufen oder weil sie an ihren Arbeitgeber verkaufen oder weil sie ihre Zeit an Kunden verkaufen, also eine Stunde für ein Honorar. Was schon besser ist und sind die Unternehmer, die haben dann zum Beispiel Mitarbeiter, die für sie arbeiten, das heißt, ihr Einkommen ist nicht mehr nur an ihre Stunden an sich gekoppelt. Wo man aber hingehen sollte, wären die Investoren, das heißt, die verdienen Geld, ohne eine Stunde dafür einsetzen zu müssen. Warum ist das Buch jetzt für uns so wichtig? Also sicherlich starten viele von uns als Arbeiter, indem sie eine Ausbildung machen oder andere Sachen. Dafür plädiere ich auch immer, und man sollte sich erst mal etwas können, bevor man sich selbstständig macht. Ich finde es toll, wenn es so Interpreneure und so weiter gibt, aber meistens steht ja davor, eine solide Tischlerlehre oder so, dann macht man sich selbstständig und baut Türen und Fenster für andere, dann, also wandert man in den Quadranten selbstständig und dann wird man Unternehmer und das Geld investiert man dann. Also ich hoffe, das war lehrreich. Schaut euch das Buch mal an. Das ist sehr gut. Ich möchte es Jahrzehnte, wo es dann einem zu討 failure. Untertitelung des ZDF, 2020